Der PFK ZSKA Moskau, gewöhnlich ZSKA Moskwa, meist kurz ZSKA, im deutschsprachigen Raum auch als ZSKA Moskau bekannt, ist ein aus dem russischen Sportverein ZSKA Moskau hervorgegangener Fußballklub, der wegen seiner Verbindungen oftmals im Zusammenhang mit der Roten Armee genannt wird und in Moskau, der Hauptstadt des Landes, beheimatet ist. Die Fußballmannschaft gewann die sowjetische Meisterschaft siebenmal sowie sechsmal die russische Meisterschaft. Darüber hinaus fünfmal den sowjetischen Pokal und siebenmal den russischen. Außerdem gewann der Verein sechsmal den russischen Super Cup. Seinen größten Erfolg konnte ZSKA Moskau 2005 feiern, als man als erster russischer Fußballverein den UEFA Pokal gewinnen konnte. Geschichte ZSKA Moskau wurde 1911 gegründet und erlebte, wie viele Vereine der ehemaligen Sowjetunion, einige Namenswechsel. Von 1928 bis 1950 hieß der Verein ZDKA Moskau. Im Jahre 1951 erfolge die Umbenennung in ZDSA Moskau. Erneut wurde der Verein im Jahre 1957 in ZSK Moskau umbenannt. Die Fußballabteilung trägt seit 1994 ihren bis heute gültigen Namen, PFK ZSKA Moskau. 1911 bis 1927. 1928 bis 1950. 1951 bis 1956. 1957 bis 1959. Seit 1960. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Verein gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Mannschaft gewann die Vizemeisterschaft in der ersten Austragung des wiederaufgenommenen Spielbetriebs der sowjetischen Obersten Liga im Jahre 1945. Es folgten drei hintereinander folgende Meistertitel. 1949 wurde das Team erneut zweiter. In den darauf folgenden beiden Spielzeiten konnte sich die Mannschaft erneut mit dem Meistertitel krönen. Die Geschichte der Fußballabteilung aus dieser Zeit ist eng mit der Eishockeyabteilung des Sportvereines dem HKZSKA Moskau verknüpft. Denn von den Führungsspielern wie Vesevolo und Bobrov wurden beide Sportarten parallel betrieben. Anfang des Jahres 1952 wurde der Verein aufgelöst. Nach zwei Spielzeiten Abstinenz wurde ZSKA Moskau im Jahre 1954 wieder gegründet. Kurze Zeit danach gewann die Mannschaft den sowjetischen Fußballpokal 1955 als im Finale Dynamo Moskau mit dem legendären Torwart Lev Yashin, der in der Finalpartie vom Platz gestellt wurde, bezwungen wurde. Erst 1970 wurde der nächste Titel gefeiert. In diesem Jahr wurde ZSKA erneut sowjetischer Meister, dabei sammelte die Mannschaft die gleiche Anzahl an Punkten wie auch Dynamo Moskau. Das erste Entscheidungsspiel am 5. Dezember 1970 im usbekischen Taschkent endete torlos. Am nächsten Tag wurde das zweite Entscheidungsspiel nach 1 zu 3 Rückstand noch mit 4 zu 3 gegen Dynamo gewonnen. Die Mannschaft von ZSKA hatte sich durch den Gewinn der Meisterschaft für die erste Runde des Europapokals der Landesmeister qualifiziert. Zuerst wurde Galatasaray Istanbul ausgeschaltet, anschließend schied ZSKA gegen den belgischen Vertreter Standard Lüttich aus. 1984, als von 68 möglichen lediglich 19 Punkte erkämpft wurden, musste der Verein den erstmaligen Abstieg in seiner Geschichte in die Zweitklassigkeit verkraften, wo ZSKA zwei Spielzeiten verbrachte. 1987 folgte der zweite Abstieg. Erneut konnte sich ZSKA nach zwei Säsos in der Per-Vaya-Liga zurückkämpfen. Sicherte sich sofort die Wietzen-Meisterschaft und gewann sogar die letzte Austragung der Fußballmeisterschaft der Sowjetunion im Jahre 1991. Durch den Meistertitel aus der Saison 1991 qualifizierte sich ZSKA Moskau für die erste Runde der UEFA Champions League 1992-93. Wo die isländische Mannschaft von Viking-Gurekjavik bezwungen wurde. Anschließend wurde in der zweiten Runde der spanische Spitzenverein FC Barcelona besiegt. Die Gegner in der Gruppe A waren der spätere Gewinner der laufenden Champions League Olympique Marseille, die Glasgow Rangers und der FC Brügge. Als Gruppenvierter mit nur zwei Unentschieden bei vier Niederlagen konnte ZSKA Moskau nicht an die Leistungen aus den Begegnungen mit dem FC. Barcelona anknüpfen und schied aus dem Wettbewerb aus. Der PFK ZSKA Moskau war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einer der Gründungsmitglieder der neu geschaffenen russischen Obersten Liga. In den ersten sechs Spielzeiten belegte die Mannschaft die Plätze im Tabellenmittelfeld. In der Saison 1998 wurde die erste Wietzen-Meisterschaft und in der nächsten Spielzeit der dritte Rang erkämpft. In den darauffolgenden beiden Spielzeiten belegte ZSKA Moskau erneut Plätze im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. In den Jahren 2002 und 2004 konnte sich die Mannschaft wieder jeweils mit Wietzen-Meistertitel krönen. Dazwischen wurde der erste Meisterschaftsgewinn in der Saison 2003 der russischen Elite-Liga gefeiert. Seit 2005 in der Saison 2005 war die von Valery Gassayev trainierte Mannschaft über die Qualifikation zur UEFA Champions League in die Endrunde der Königsklasse gelangt. Belegte nach der Vorrunde den dritten Platz und nahm deshalb anschließend am UEFA-Pokal teil. Der Einzug ins Finale war jedoch von schweren Ausschreitungen der ZSKA-Fans im Rückspiel des Halbfinals gegen den FC Parma überschattet. Der Torwart von Parma, Luca Bucchi, war von einem Feuerwerkskörper aus der ZSKA-Fankurve verletzt worden und musste später ausgewechselt werden. Der Europäische Fußballverband UEFA entschied, das Ergebnis anzuerkennen, ZSKA jedoch mit einer Europa-Pokalpartie unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu bestrafen. Der Verein musste zudem eine Geldstrafe in Höhe von 65.000 Euro entrichten. Am 18. Mai 2005 gewann die Mannschaft als erste russische Mannschaft überhaupt einen europäischen Pokal. Den UEFA-Pokal 2004-05 im Jose Alvalade-Stadion zu Lissabon, Portugal. Gegen Sporting Lissabon mit 3 zu 1. Anschließend verlor die Mannschaft am 26. August 2005 die K-Sekundens-Upa-Cup-Spiel gegen den englischen Klub FC Liverpool im Stade-Louis II. Monaco mit 1 zu 3 in V. In diesem Jahr holte sich ZSKA den zweiten russischen Meistertitel in der Premierliga und den russischen Pokal. Die Mannschaft von ZSKA hatte sich durch den Gewinn der Meisterschaft 2005 direkt für die dritte Runde der UEFA Champions League 2006 07 qualifiziert. Nach der Gruppenphase belegte ZSKA den dritten Platz und war somit für die Runde der letzten 32 im UEFA-Pokal qualifiziert. Schied dort jedoch gegen den israelischen Vertreter McKay-Bi Haifa aus. In der Saison 2006 holte ZSKA das nationale Trippel, denn die Mannschaft gewann alle drei nationalen Titelkämpfe. Die Meisterschaft, den Pokal und den russischen Super-Cup. ZSKA war als russischer Meister für die UEFA Champions League 2007 08 qualifiziert. Nach der Gruppenphase belegte ZSKA mit nur einem einzigen Unentschieden bei fünf Niederlagen den vierten und letzten Platz und schied aus. In der russischen Meisterschaft 2007 wurde ZSKA dritter, gewann jedoch den russischen Super-Cup. In der ersten Saisonhälfte 2008 spielte ZSKA weit unter den Erwartungen und belegte zur Saisonpause sogar nur den enttäuschenden siebten Platz. Nach der Europameisterschaft stellte Valery Gassayev, der zu dieser Zeit seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt, gab. Die Spieltaktik auf vier Verteidiger um und ließ den jungen Alain Dezagojev spielen, der als eines der größten Talente im russischen Fußball galt. Dadurch beendete ZSKA seine Negativ-Serie und zeigte fortan effektiven Fußball. Zum Meistertitel reichte es aber nicht mehr und ZSKA holte die Vizenmeisterschaft hinter Rubin Kazan. Im UEFA Pokal 2008 09 war ZSKA die einzige Mannschaft, die aus vier Gruppenspielen zwölf Punkte holen konnte. Danach war die Mannschaft bis ins Achtelfinale vorgestoßen, wo sie dem späteren UEFA Pokal-Sieger Schachta Donetsk aus der Ukraine nach einem 1 zu 0 Heimerfolg und anschließender 0 zu 2 Auswärtsniederlage unterlegen war. Außerdem gewann das Team zum dritten Mal den russischen Pokal. Im Januar 2009 übernahm der Brasilianer Zico den Cheftrainerposten bei ZSKA. Zur Saisonhälfte 2009 belegte der Verein lediglich den vierten Platz. Am Ende der Saison 2009 reichte es mit Platz 5 gerade noch für die Teilnahme an der UEFA Europa League 2010 Elftel. In Folge dessen wurde im September 2009 der brasilianische Cheftrainer wegen Erfolgslosigkeit entlassen. Noch im selben Monat wurde der Spanier Juan de Ramos als sein Nachfolger unter Vertrag genommen und bereits am 26. Oktober ebenfalls entlassen wurde. Der Klub gewann zum vierten Mal den russischen Supercup und wurde zum fünften Mal russischer Pokalsieger. Die Mannschaft hatte sich zudem für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert. Wo beide Spiele gegen den späteren Gewinner Inter Mailand jeweils mit 0 zu 1 verloren gingen. Als neuer Cheftrainer wurde im Oktober 2009 der Russe Leonie Zlarski vorgestellt. In der nationalen Meisterschaft des Jahres 2010 wurde die Mannschaft Vizemeister. Im russischen Pokal schied das Team bereits im 16. Finale gegen den zweitligisten Urals wertlos Koblast aus. In der Europa League schaffte es ZSKA Moskau bis ins Achtelfinale, wo die Mannschaft dem FC Porto nach zwei Niederlagen unterlegen war. Durch die Vizemeisterschaft aus der Saison 2010 qualifizierte sich der Verein für die Gruppenphase der UEFA Champions League 2011 zwölftel. Die Gegner in der Gruppe B waren Inter Mailand, Trapsen Spur und der OSC Lille. Als Gruppenzweiter hinter den Mailandern schaffte die Mannschaft den Sprung ins Achtelfinale und traf dort auf den spanischen Spitzenverein Real Madrid. Dem ZSKA mit 1 zu 1 und 1 zu 4 unterlag. In der russischen Meisterschaft 2011 zwölftel konnte ZSKA nur den dritten Platz erreichen. ZSKA hat sich zum 100-jährigen Vereinsjubiläum den sechsten Erfolg im russischen Pokal geschenkt. Als am 22. Mai 2011 im Endspiel der Zweitligist Alanya Vladikokas mit 2 zu 1 besiegt wurde. In der Saison 2012 dreizehntel nahm ZSKA Moskau an der Qualifikation für die UEFA Europa League 2012 dreizehntel teil, wo sie allerdings gegen den schwedischen Vertreter Aika Solna nach 1 zu 0 und 0 zu 2 in der Playoff-Runde ausschieden. Am Ende der Saison stand ZSKA jedoch als Meister Russlands fest. Es war der elfte Meistertitel der Klubgeschichte. Auch der nationale Pokalwettbewerb konnte gewonnen werden. ZSKA nahm an der UEFA Champions League 2013 für zehntel teil. Der Verein schied nach der Gruppenphase gegen Bayern München. Manchester City und Viktoria Pilsen mit nur einem Sieg bei fünf Niederlagen als Tabellenletzter aus dem Wettbewerb aus. In der heimischen Premierliga konnte dagegen der zweite Meistertitel hintereinander gefeiert werden. Nachdem Zoran Tosik am letzten Spieltag den entscheidenden Treffer gegen Lokomotive Moskau zum zehnten Sieg im Liga-Betrieb in Folge erzielt hatte. In der Saison 2015-16 gelang ZSKA über Sparta, Prag und Sporting Lissabon der Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Mit PSV Eindhoven, Manchester United und VfL Wolfsburg vervollständigte ZSKA die Gruppe B des Wettbewerbs. Schaffte aber als Tabellenletzter den Einzug ins Achtelfinale nicht. In der heimischen Premierliga 2015-16 startete der Verein mit sechs hintereinander folgenden Siegen. Wobei die ersten vier Partien ohne einen einzigen Gegentreffer kassiert zu haben gewonnen wurden. Am Ende der Saison wurde man mit zwei Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Rostermeister. Stadion Der Entwurf für das Stadion ZSKA Moskau sieht ein reines Fußballstadion, das auf dem Grundstück des abgerissenen ZSKA Stadions erbaut wird. Für 30.000 Zuschauer vor. Der Baubeginn war am 9. Dezember 2007. Die Einweihung ist für Mitte 2016 geplant. In der Zwischenzeit tritt ZSKA Moskau für seine Heimspiele in der Arena Schimki an. Wissenswertes Am 19. August 2001 prallte der damalige ZSKA Torwart Serhai Perchon mit einem gegnerischen Stürmer zusammen und er lag am 28. August 2001 an den daraus entstehenden Verletzungen. Ihm zu ehren wird das Trikot mit der Rückennummer 16 nicht mehr vergeben. Die Fans des Vereins pflegen besonders eine enge Freundschaft zu den Fans von Partisan Belgrad, aber auch zu Pia Okazaloniki und ZSKA Sofia. Mit insgesamt 381 Ligaspielen zwischen 1960 und 1975 für ZSKA Moskau hält Wladimir Fedotov den Vereinsrekord für die meisten Spiele. Mit 40 Spielen weniger ist Wladimir Polikapau auf Platz 2, gefolgt von Dimitri Bagric, der 312 Mal das Trikot des Hauptstadtklubs trug. Bemerkung Gezählt wurden nur Ligaspiele. Spiele in nationalen und internationalen Pokalwettbewerben wurden nicht mit einbezogen. Grigori Fedotov erzielte von 1938 bis 1949 in 155 Spielen 126 Tore. Kein Spielerschuss bisher mehr Tore für ZSKA. Dessen Sohn Wladimir Fedotov, Rekordspieler für ZSKA, steht mit 93 Treffern auf dem zweiten Platz 8 Tore vor Wagner-Lav. Bemerkung Gezählt wurden nur Ligatreffer. Tore in nationalen und internationalen Pokalwettbewerben wurden nicht mit einbezogen. Stand Januar 2016 Meisterschaftserfolge Sowjetischer Meister Sowjetischer Vizemeister 1938, 1945, 1949, 1990 Russischer Meister Russischer Vizemeister 1998, 2002, 2004, 2008, 2010. Pokalerfolge Sowjetischer Fußballpokalsieger Russischer Fußballpokalsieger Russischer Supercup-Sieger 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 Internationale Erfolge UEFA Pokalsieger Viertelfinale in der Champions League Achtelfinale in der Champions League Channel One Cup Sieger 2007 Sponsoren Der PFKZ SKA Moskau wird ähnlich wie der englische Klub FC Chelsea vom russischen Oligarchen Roman Abramowitsch finanziell unterstützt. 2003 vereinbarte Abramowitsch einen Drei-Jahres-Vertrag und unterstützte den Klub mit 18 Millionen Dollar im Jahr. Damit übertraf er auch Vodafone, den Sponsor von Manchester United. Von 2004 bis 2005 war das russische Mineralöl-Unternehmen Siebenf der Hauptsponsor des PFKZ SKA Moskau. Von 2006 bis 2008 wurde die Mannschaft vom größten russischen Kreditinstitut Winschtorkbank gesponsert. In der Saison 2009 wurde das Moskauer Team von der größten russischen Fluggesellschaft Aeroflot finanziell unterstützt. Seit 2010 ist der Hauptsponsor des Vereins das baschkirische Mineralöl-Unternehmen Beschneft. Seit einigen Jahren finanziert sich der Verein selbst ohne Unterstützung von Investoren oder sonstigem. Bekannte ehemalige Spieler Trainer Aktueller Trainer Stabtrainer Russland Leonid Zlaski Co-Trainer Russland Viktor Unopko Co-Trainer Weißrussland Viktor Hanscharenka Torwarttrainer Russland Sergej Ovchynikov